E1 2015 bedeutet, wir sind wieder live mit ein bisschen Roblox heute. Ganz, ganz toll. Toll, wir haben eine wundervolle Zelda-Musik gerade. Aber ich muss mal schauen, ob das überhaupt passt. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Und wo ist mein Mikrofon-Input? Ja, okay. Guti, dann können wir loslegen. Mit ein bisschen... Ja, warum nicht? Erstmal das schöne Restaurant, was nicht wirklich schön ist. Aber ist okay. Oh, Junge. Ganz schön laut. Boah, ich hasse diesen neuen Deckel. Irgendwann ist Cola-Vanile. Übelst geil. Cola-Vanile, mega nice. Dün, Dün, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Weil ich schon mal hatte. Dün, Dün. So, wir müssen so Ikea auf jeden Fall. Schauen wir ein bisschen um dort. Oh, VIP-Kunde. Wo ist denn der VIP-Kunde? Da ist der VIP-Kunde. Das nenne ich ja mal. Toll. Vorher. Ikea. Dü, 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 dü. Schauen wir uns ein bisschen an. Vier Stunden erst. Was ist das denn für ein Stuhl? Ein Leinwand? Na. Na, wir haben nix. So, maybe in der Nähe. War das so rum? Ja, so sind wir. Können wir hinlatschen. Dü, 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 dü. Uh, das sieht crazy aus, da. Mann! Die Restaurants von den anderen sind alle so hübsch aus. Hier kommt Mainz und es sieht so fürchterlich aus. Sogar mit einem Kamin. Was zur Hölle ist eine Erdnuss-Suppe? Aber warum klingt das unglaublich nicht lecker? Ja, was ist das? Oh! Das ist cool. Wieso hat das nur 3,7 Sterne? Das ist voll crazy gut. Und hübsch. Dann kommt Mainz hier da in den Nachbarn. Das ist fürchterlich. Mann, was ist das? Nicht, weil der Boden ist hier gleich. Und was auch immer das da ist. Ich weiß nicht mal, wie ich das gemacht habe. Und die Decke fehlt. Okay, aber wir haben einen Riesen-Klo. Lull. Okay, Piekhund ist hier, ne? Ja. Schau, wie bewertet man spannend, du. Mit einem VIP-Kunden. Hm, 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 hm. Jo. Ist das Nachbarin? 92.000? Na. Doch. Crazy. 93.000? Das ist crazy viel Geld. Ding, 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 ding. Oh, Geburtstag? Nett. Hm, 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 hm. Oh, lol. Warum? Warum, weil ich ihrs geliked habe? Ich hab dens geliked, weil dens gut aussieht. Und ich, weil ich Likes haben will. Aber Dankeschön. Hm, 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 hm. Ich würde mein Restaurant nicht liken, wie ich sag's, wie es ist. Würde ich nicht machen. Na, das darf vielleicht. Will ich auch nicht. Das hat ein Konzept. Nicht so wie meins. Oh, die Tür ist cool. Oh. Das ist ein kleines Riss. Doch, das würde ich liken. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich mein, was ist das für ein Klotz, nichterhab? Was zur Hölle ist das? Hm, 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 hm. Ich mein, von innen ist es wenigstens einigermaßen okay. Naja, auch nicht wirklich, weil es ja auch alles nur ein Durcheinander ist. Ah Gott. Okay, hier draußen ist es relativ okay. Und das ist auch relativ irgendwie cool, keine Ahnung, mit dem Deko da. Ah, ist ja schön okay. Ach stimmt, ich habe hier noch ein Fan- RUSP hier. Das hat denn nochmal ein Billion, ne? Eyy, 1 Billion! Aber auch wenn ich keine Billion hab. Es ist dann schön wenn ich Billion hab. Ah, ah, da sieht man 40 Geld, meine Akkabenzahlung, aha. Na, kochen wir nicht, gekocht. Da sehe ich schon eine VIP-Kunde, machen wir mal ein bisschen VIP, können wir das mal immer noch quern, na aber, das ist VIP und das ist ein Geburtstag, hier sind also meine Geist drauf, glücklich, 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 Pauseaufsetzen, was für eine Übersetzung, 4,6, hier, warum nur eine 2,5 bei Erfahrung. Na, schade, nur ein Apfel. Ah, Yoshi's Island and the Earth, Moke. Ich glaube, ich bin auch Yoshi's Island and the Earth. Wann? Weiß ich nicht. Erstmal schließen wir bauen das Tori ab. Okay, gehen wir rüber. So, im wundervollen Einzelhandelding. Mhm. Ich denke so gerade, dass ich gerade vom Einzelhandel nicht komme, aber ist egal, weil ich mache jetzt keine Rastendoll. hast du doll beける wenn es laden würde warum kann ich mir eine maus nicht mehr bewegen äh ich kann man dann rohol mucha maus nicht mehr bewegen auch einfach sidet äh wieder görbar Ich kann nicht mehr als ganz normalen bewegen, aber... Roblox nicht. Ganz weird. Oh Gott. Ah, hier kann ich sie wieder bewegen. Okay, ja. Wahrscheinlich nur im Game dann. Jeden Moment. 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 Hier haben wir es. 0,543 Dollar. Crazy. Moment, da war doch was drüber. Das beanspruchen wir mal. Oh Gott. Ich habe hier so nah rangezoomt hier. So. Wir haben einen wundervollen Kassierer. Hier ist ein schöner Käppi. Hier haben wir unseren wundervollen Er. Dings der Boomster. Geschäftsleiter. Finanzvertreter, was machst du? Dein Kundengeld hat, weil sie sich Sachen kaufen können, die sie nicht leisten. Oh, okay. Interesting. Könnten mal dieses Regal hier mal auffüllen. Oder das da. Oder den Tisch. Aber ich muss jetzt mal schauen, was für Valentinstag. Oh, das ist so eine 5. Option. Na. Kaspari. 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 Boah, aber Elektrogeräte sind viel zu teuer. Das geht für 100. Nee. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Wie soll ich denn sein? Da ist echt ein Ärger? Was ist Philipp One Blade? Ist das ein Philips Sponsoring? Schulsachen? Brauche ich denn irgendwo eingelagert? Oder? Ein Nahen. Das ist der Regalauffüller? Nee. Da ist er. Hat er das gemacht? Nett. Nee, ich hab Schulsachen hier schon. Au. Ups. Dann kann das eigentlich wieder raus, Leute. Ah, Instrumente. Halt. Warum nicht? Hundert. Komm dann da hin. Bumm. Soll ich jetzt zweimal Schulsachen? Naja. Dann ist das halt so. 0 von 10. 4 von 10. 0 von 10. 0 von 10. Oh nein. Nein. Minus 69. Wir holen uns gleich wieder rein. Oh, der Autoladen ist ja direkt hier. Für uns. Nett. Aha. Minus 39. Weitere Pause, glaube ich. Ganz geil, oder? Aha. Wir haben wieder 6 Dollar. Wir sind wieder im Plus. Was? Okay. Mal sehen, was er immer bestellt. Sag mal, was spielst du da? Delto Holz. Einmal. Warum bestellst du Holz? Einmal. Ohne Sinn. Ne. Minus 3 Dollar gegeben. Aber er bestellt das immer instant. Äh. Ich muss nicht sagen, wie viel Mängel zum Belagern. Ne, nicht 2 Prozent. 50 Prozent. Habe ich doch alles in den Direx oder Null. Naja. Ne, nicht 2 Prozent. Ja. Ja. Dau, la,la,la,la. Ja, sowieso ätzend. Du bist ätzend. Huh. 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 26 dollar partners in time müssen wir nicht mal wieder spielen das ist hermisch viel cool Oh, den macht Nomi noch sehr kalt. Ne, macht Nomi noch nicht. Ich lasse doch direkt da. oh oh wir haben wir auf Valentin zu sagen einfach alles da um 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 Oha, seit wann habe ich 443 Dollar? Crazy. Nehme ich. Ah, minus 50. Habe ich mit wenigsten Geld? Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich, weil die anderen kein Geld haben. Weil die neuen Laden nicht gespawnt haben. Ja, 3000. Habe ich auf einmal wieder nur noch 186? Was ist passiert? Ja, bestimmt noch einmal wieder sehen werde ich das. Finde ich mal ein Spider-Ding. Und ich habe alles am wenigsten Geld. Den, 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 den. Ach so. Na, ich brauche ihn dann nichts mehr. Da machen wir es eigentlich gerade schon gerade von alleine. Wir müssen genug Geld ansammeln, damit wir ein bisschen größer machen können. Und dieses Regal hier füllen können. Mit was? Das ist ja noch eine Frage. Ich kann von... Ne, die leeren Regale füllen. Leere Regale? Das war eigentlich nicht schön. Ne, die leeren Regale füllen. Ne, die leeren Regale füllen. Ne, die leeren Regale füllen. Feedback. Krühe Kommentare und Fehler hier ein. Klicke hier. Äh. Au. Ups. Das ist jetzt unvorstellhaft. Ich dachte... Oh. Ähm. Ja. Also sehr viel Input, mit dem ich es nicht gegeben habe. Was ist das? Warum sind hier... Ah, hier ist die Dings. Aber warum waren da... Valentinstag-Dinge? Das ist noch eins. Hm, 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 hm. Hm. Chloe und Gonzalo. Ich hab fünf Berlin-Schachteln gesammelt. Das bringt mir was. Dann ist noch eine. Mehr. 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 Joa, keine Ahnung. Das kriegen wir gar nichts, scheinbar. Nett. Was ist das denn dafür denn? Wie komme ich da hin? Hm. Kann ich auch einmal auf jeden... ... diesen Wasserdüsen. Was ist das hier für ein Frosch? Warum bist du dich hier? Zu mehr Berlin-Schachteln. Hm. Ich kann nicht raus springen. Ah doch, jetzt. Du hast zehn Berlin-Schachteln gesammelt. Nett. Du hast zehn Berlin-Schachteln gesammelt. Dünn, din, din, din din din. Dün, din 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 din. Dün, din 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 din. Oh, mein Akadea ist halt auch so coole Musik. am wenigsten da ist jetzt jemand mit aber es ist trotzdem relativ weit unten. Einfach 7000er, die waren crazy. Boah Junge, wie schnell. Crazy. Was rannt er durch meinen Laden? Okay, das war weird, aber okay. Einfach komplett schnell durchlaufen und dann wieder rausgerannt. Uh-huh. Ja, das ist ein Kälter, was für das. Schöner Laden oder so, weiß ich auch nicht. Oh Gott, jetzt gehen wir wieder ab. Robben. Aha. Oh nein. Oh nein. Ja, wieso hat Robben gar nichts? Wahrscheinlich nicht. Kann man schon rumlaufen ohne einen, äh, klingste Wumster? Oh, Gryffindalee hat mich überholt. Oh, eine bessere Bewertung. Ja, jetzt bin wir wieder ganz unten. Weil Robben einfach nichts gespawnt hat. Aber Shae ist auch so viel besser als ich. Ja, das ist ein 0510. Aber nichts im Lernen. Ähm. 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 Einfach runtergedüst. Würde ich aber an dem Punkt auch. Ist überhaupt die Dings... Ist die nicht woanders? Ah doch, die ist hier, okay. Ähm. Ach, schade, dass man nicht mal hochfahren kann. Da ist er. Schneller. Nein, vielleicht auch nicht. So, wo lang... Oh nein, der fährt hier lang. Oh. Oh. Mein Nachbar. Das ist mein Nachbar. Okay. Ja, sowas brauche ich aber nicht. Das ist mein Nachbar. Weiß ich nicht. Ich glaube hier ist ein Schild. Neu. Neu ist mein Nachbar. Es gibt kein Neu. Ne, keine Ahnung. Oh mein Gott. Robin hat einfach 5.000. Eine Bewertung von 3,6. Das habe ich nicht wieder bewertet. Und 3,7. Oh. 3,8. Crazy. Kann ich sehen, wie sich meine Bewertung zusammensetzt. Hm. Ja, da. Deko. Nö. Kundenmassen. Komplett geil. Sauberkeit komplett geil. Gehäuse relativ okay. Badenstangen komplett geil. Etwas anderes. Es kommt bald. Haben wir aber nicht. Hm. Ich weiß nicht. Wie sieht das zusammen. Keine Ahnung. Aber die Sauberkeit ergibt sich dadurch von selbst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie mache ich Decken? Das ist mir noch nicht herausgefunden. Oh. Ich bin wieder über Groove Leon. Wenn es nach Geld gehen würde. Aber wer hat schon mal Groove Leon trotzdem über mir. Oh. Ich habe nur 3,9. Nice. 4,0 haben. Jetzt habe ich nur 3,8. Und ich bin wieder unter Groove Leon. Groove. So. Yeah. Oh. oha was für lange war lang wenn jemand zu mir kommen wir gehen trotzdem eine doch nicht erst da nur weil so lange ist es auch nicht an dem punkt ok wieder tschüss dann auf das ist aber nicht es ist jetzt bei mir so geschlossen und schließt dahin dankeschön oder muss weg er muss gelernt werden bim 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 was ihm eina was den insel mit windmühle Ich glaube nicht, verdammt. Das ist ein Auto gespawnt. Ich habe 2000. Ah, gut. Leon auch. Eieiei. 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 Und ja, das nur läuft, wenn wir negatively ein Bord es machen. Nekt. Gut zu wissen. Alle sie würden voll, was wir ja auch verfüllt haben. Aber wir die Hälfte der Regale nicht verfüllt haben. Eine solche Ware, aber ist okay. Hm. Na, jetzt haben wir noch 1000, irgendwas, weil wir Ausdruckerverfahren schon bezahlt haben. Hm. Absch одной schöpfung sind weg. Warum, Pucker, wiederkommen? Na, die Äpfel hinballern. Ja, der kommt nicht. Wer ist überhaupt denn da, oder? Ja, der hat ja bestellt, hat ja. Mit zwei Auflager. So, da sind sie ja wieder. Nett. Aber warum so wenig? Ja, aber da hat wieder nichts. Okay. Okay. Warte, warum ging die Tür auf? Okay. Mein Plan, warum? Oh, das sind schon wieder Bananen. Okay. 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 Ich würde sagen, so geht es jetzt mal weg. Wer sonst bereit ist, ne, keine Ahnung. Das war's jetzt schon für heute. Morgen machen wir dann wieder länger. Mit bisschen Speech Runs, ähm, großes Furry und Roblox und random Stuff. Auf jeden Fall noch streamen. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Lava. Mega, mega cool. Lol. Ah, jetzt war ich gefrashet. Ich dachte, du quasi es gefrashet. Auf jeden Fall noch streamen. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Lava. Mega, mega cool. Bis dann. Und tschüss, tschüss. Ja. Ja. John Schижу, ich bin du sie mitracừa aus und wün ball cup, hast doch mystery wie zum Thema Buren stepp. Wie doch komm Massa. Nie da lump Austausch, blланок nicht nur um � probation nicht nur, lassen oder zum Thema, was w veggen rück themes Portal был meva. Untertitelung des ZDF, 2020